So liebe Freunde, am Mikrofon wieder der Samirsch für euch. Ja, schon am nächsten Tag wieder, nämlich deswegen, weil wir es zum wiederholten Mal geschafft haben, jetzt hintereinander 100% zu holen. Sensationell, das wird ja hier schon langsam zur Routine. Ja, diesmal haben wir ein 10 vs. 10 gemacht, weil so viele Leute rot waren, gegen Helden oder so hochgehen, pipapo. Ja, also wirklich sensationell, wir haben jetzt gegen einen, ich glaube, iranisch war das, ja, iran, ja, genau, gegen iran. Und ich finde, okay, ja, die waren jetzt nicht so gut von den Dörfern jetzt auch, man hat vorher schon sehen können, okay, das müssten wir eigentlich gewinnen, safe. Aber dass es dann wirklich so wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das freut mich natürlich umso mehr, natürlich zweimal hintereinander, das ist wirklich sensationell. Also hier 100%, 100%, also on top. Wie vorhin im Video zu sehen, hatte ich auch erwähnt, ja, wir haben hier auch 90,8 gehabt. Also immer wieder dann zurückzukehren und das einfach anzugucken, das ist einfach, einfach cool. Einfach immer oft über 90%, also 90% hier war 84, okay. Das war, die Gegner waren auch gut, aber jetzt gehen wir natürlich mal auf den Krieg ein, dass das Video nicht zu lange wird. Ich werde euch jetzt die ganzen Angriffe von uns zeigen. Ich fange am besten mal bei der 10 an. Wir gehen von der 10 hoch und schauen einfach mal alle Angriffe an. Ich sage meinen Senf dazu ein bisschen. Klar, ich werde es ein bisschen schneller machen. Ich habe jetzt keine Lust hier die ganze Zeit auf normale Geschwindigkeit. Ja, Spari tut hier schön Glamburglocken, zieht sie raus und macht sie mit Bogies kaputt. Zack, 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 zack. Ja, und dann versucht er reinzugehen hier mit den Bogies. Ja, hier ist ein bisschen blöd, der verschwendet jetzt, in meinem Eingang, ein bisschen zu viel Bogies. Ja, hätte man sich vielleicht ein bisschen sparen können und dann erst irgendwie die Lunds setzen, so ein bisschen verteilt, dann die Schweine. Aber mei, so ein Rathaus ist das eigentlich scheißegal. Überleben lang und dann am Schluss clear das dann noch. Also es ist wirklich, ähm, wird da einfach platt gemacht. Ja, jetzt mache ich mal mal vier, da gibt es eh nicht mehr viel zu sagen. Es ist ja uninteressant. Jo, ein Schwein hat sogar noch überlebt. Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt schon mal zum nächsten Angriff auf die Neuen. Das war dann, glaube ich, schon Rathaus 7, das war jetzt mit meinem dritten Account. Ja, hier nochmal zum Dorf. Luftfeger schaut hier nach außen, das heißt für mich ganz klar, dass hier blitzen und hier oben rein links. Erst die Drachen gesetzt auf die Bauhütten, dass die da am Schluss nicht leben bleiben. So, dann gehen sie in die Mitte und dann versuchen natürlich relativ zentral hier an den Luftfeger zu gehen. Da kommt schon der Drache direkt raus. Da warte ich und setze ich noch ein paar Drachen hinterher, dass der schnell getötet wird, ohne dass ich einen Drachen verliere. Das ist auch immer wichtig, das machen immer viele falsch. Die setzen nur zwei Drachen, aber dann ist meistens schon ein Drache tot. Also, das sollte man nicht machen, man sollte schauen, dass der schnell weg ist. Ja, dann setze ich schnell hinterher. Dann Luftfeger wird schon getankt von irgendwelchen Drachen, dann gleich Luhns hinterher. Gleich hinterher setzen, wirklich super. Und ja, als Rathaus 7, drei sternt man einfach, das ist einfach Pflicht. Also, da ist jetzt auch keine Kunst, ich mache jetzt auch ein bisschen schneller. Da ist es auch egal, wenn die Luhns jetzt hier sterben, Luftfeger ist kaputt, zweier Drachen. Easy peasy ist wirklich, dann einfach nur noch abwarten, Tee trinken. Ich setze auch mittlerweile bei meinem Rathaus 7 nur noch die Truppen. Und dann weiß ich schon, dass es drei Sterne ist, dann lege ich das an die Seite und rauche eine. Da brauche ich nicht mehr viel hinterher gucken. Da weiß ich einfach, dass es drei Sterne ist. Sechs Drachen überlebt, King überlebt, also was will man mehr. So, dann kommt Angriff auf die Acht, das war von Newk Proof mit Schweinen. Ja, das ist relativ, ja, hat, ah, okay, hat hier gleich Klambo gelockt hier mit der Falle. Macht jetzt schnell den Rachen kaputt, da spiele ich mal wieder vor, das war der ewig unter Tage immer. Ja, zack, Drache kaputt. Dann hat er hier schon mal sehr schön zwei Riesenbomben ausgelöst. Und jetzt geht er hier rein, hat aus Versehen erst Magier gesetzt. Jetzt wurscht, einer ist gestorben, dann sterben die Zweiten. Mauerbrecher leider nicht geklappt, das ist ein bisschen blöd. Geht an der selben Seite nochmal rein mit den Schweinis. Ja, gut zu sehen, schön, schon vorher Bomben rausgenommen. Und jetzt ist es eigentlich auch schon safe, wenn man jetzt zwei Riesenbomben kaputt gekriegt hat, dann ist es eigentlich schon relativ safe. So, noch ein paar Magier und Bogies aufgeben, sollte man eh sowieso immer machen, weil immer irgendwas ist. Und jetzt ist es halt einfach nur noch wirklich abfahren. Ich mache die Rathaus 8 dann ein bisschen schneller, weil es ist halt jetzt nicht so krass. Die anderen Angriffe mache ich ein bisschen langsamer dann. Ein bisschen auch zügig machen, wenn man jetzt wirklich jeden Angriff anguckt, volle Time, dann geht das Video 30 Minuten, das wollen wir ja auch nicht. Aber ich will euch natürlich das nicht wegnehmen, mal jeden Angriff gesehen zu haben, die drei Sterne sind. Und ja, hier wirklich ein sehr gutes Dorf jetzt diesmal für Schweine. Also wirklich. Wir hatten in dem Krieg auch nur zwei Rathaus 8 da. Ein Rathaus 7, ein Rathaus 6, glaube ich, als Gegner. Und der Rest war dann wirklich Rathaus 9. Ja, jetzt geht er hier unten rein. Schön zu sehen. Jetzt macht er hier gleich Mauerbrecher hin. Zack, kaputt. Jetzt kann er schon schön in die Mitte. Ein King ein bisschen zu früh gesetzt, ja. Er hat ein King ein bisschen später, dann wäre er in die Mitte. Aber ja, ist bei dem Dorf jetzt kein Problem. Läuft schön rein alles und es ist eigentlich relativ safe, weil man einfach wirklich einfach fast alles abdecken kann. Die Teal zaubern, wie man hier sieht. Der Schmeißer war eins nach dem anderen, weil ich einfach überrannt, ja, im Endeffekt dann. Also war dann leicht für Schweine. Also wirklich mit 4er Schwein, das ist einfach safe. Und man sieht, er hat fast alles überlebt. Also es ist alles kein Problem gewesen. So, jetzt. Ab jetzt wird es interessanter. Jetzt hat unsere Khan nämlich die 6 geht 3 Stern. War auch ein leichtes Rathaus 9, klar. Aber der Khan hat auch relativ schwache Truppen, wie man hier sieht. Also 2er Golem, so ist halt natürlich, man soll schon mindestens 4er Golems ein für Rathaus 9er haben. Aber für so Schwachrater geht es auch. Und der war wirklich knapp, der Angriff. Also der war wirklich, wirklich knapp. Geht hier mit 3 Golems rein, schön in eine Linie, wie ich das immer gerne sage. Dann die Magie hinterher, dann schon relativ schnell die Helden. Die Mauerbrecher gehen jetzt hier durch. Zack, kommt schon mal in die Mitte. Sehr schön. Wenn er jetzt vielleicht noch einen Sprung mitnehmen können, ja. Direkt hier in den Klarnbuck einen Sprung setzen, statt irgendwie noch ein Heal, in meinen Augen, ja. Zwar ein bisschen, ja, nicht fail, aber ich würde, ja, eigentlich schon, ja. Weil einfach die Packer jetzt alles außen rum läuft, weil er die auch ein bisschen blöd setzt, weil er da einfach oben links nichts gecleared hat. Gehen jetzt außen rum. Das ist natürlich hier, habe ich mir gedacht, ich habe den Angriff live gesehen, habe ich schon gedacht, ja, das wird eh keine 3. Aber es hat es wirklich noch rumgerissen. Hat sich natürlich 6 Magie noch aufgehoben, das war gut. Richtig, der Bogie stirbt jetzt hier, weil er einfach ungeschützt ist, weil alles außen rumläuft. Hätte er wirklich einen Sprung auf den Klarnbuck gesetzt, dann wären ein paar Golems, dann wären die zwei Golems in die Mitte gegangen, dann wäre das nicht passiert, ja. Also sollte man gucken, weil die Tester sind auch in der Mitte. Aber er hat dann wirklich so ein Glück gehabt, dass die Tester einfach da nicht auf die Packer gehen. Ja, das gehört, muss man halt so sagen, wenn die Packer da in der Nähe von Tester wären, dann wären die alle schon längst tot und dann wären es sowieso keine 3 gewesen. Ja, aber hier läuft alles unten rum schön. Golems tankt hier noch den Mage-Tower, wichtig für die zwei Magier hier. Ja, ist wichtig auch, dass die überleben, weil sonst haut der ja alles weg. Ja, die Packer jetzt, der eine Packer stirbt jetzt hier links gleich, weil einfach alles drauf geht. Ja, und ja, es ist dann halt ein bisschen echt Glück gehabt im Endeffekt. Ja, er hat noch einen Heal, ein Boot, der hat jetzt aufgehoben, dass er in die Mitte rushen kann. Ja, es war dann im Endeffekt noch gut, dass er aufgehoben hat. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall, man muss halt einfach wirklich mal hier einen Sprung mitnehmen, einen Heal gerade noch gut gesetzt. Ja, und jetzt hier haben wir schon denken können, okay, boah, das könnte eventuell 3 werden. Aber es wird halt noch richtig knapp. Die Riesenbombe noch gut ausgelöst, ohne dass die 3 Mages da außen rum sterben. Also wirklich viele Glückfaktoren waren hier halt echt mit dabei. Ja, vor allem, dass die Tesla hier dann wirklich von den Golems rechts noch getankt wird, der eine. Und links noch da einfach jetzt gleich durchgeht, der King. Und hier hat es dann wirklich dann Glück. Ja, auch ein bisschen. Klar, hier war man sich dann sicher, okay, das werden 3 Sterne. Aber, ja, richtig Glück gehabt. So, dann gehen wir schon mal zur 5, der Angriff von Baba. Er macht jetzt hier auch wieder Go-Hawks, sind halt viele Go-Hawk-Basen irgendwie. Versucht die Klamenburg zu locken, gelingt ihm nicht so gut, verballert schon 4 Schweine. Man hätte vielleicht auch einen Riesen mitnehmen können einfach. Er hat einfach mal so 20 Kapazität einfach verschwendet, um einfach nur die Klamenburg zu locken. Geht jetzt hier unten rein, mit 2 Golems links, rechts, dann die Mauerbrecher mittig gesetzt, schön Mitte kaputt. Zack. So, und jetzt geht es dann in die Mitte. Da müsste jetzt dann auch gleich der Sprung kommen. Die Helden laufen schön ins Zentrum, das ist auch mal wichtig. Ja. So, und jetzt setzt er schon Schweine, er setzt es immer so. Gute Taktik auch, ja. Setzt dann immer so an die Ecken, immer seine 4, 5 Schweine und dann ein Heel. Ja, macht er immer gut. Ich persönlich könnte das nicht. Ja, aber das ist immer ein bisschen... Oh, Riesenbomben hier gleich bei den Teslern. Kommt der Heel, die haben gut noch den Heel gesetzt. Jetzt geht er hier links rein mit seinen ganzen Schweinis. Ja. Sieht ja im Endeffekt auch dann noch relativ gut aus. Ja, sein Bogey lebt noch. Jetzt hat er das Glück, dass er es ziehen konnte und dann natürlich die anderen... Oh, jetzt kommt der Heel da links oben. Das geht jetzt so schnell, dass ich nicht alles kommentieren kann. Er hat Glück gehabt, dass er sein Bogey ziehen konnte und dann ist der X-Bow natürlich auf die Schweine gegangen. Glück gehabt, dass er noch so überleben kann. Ja, und dann am Schluss wirklich noch relativ... Ja, schon ein bisschen knapp, würde ich sagen, wenn nur noch vier Schweine überleben. So, wenn die Schweine dann alle weg wären durch eine Riesenbombe oder durch so einen komischen Sprungbrett... Oder wie die Heel, ich auf den Namen gerade Sprung falle, dann wäre das schon relativ knapp geworden. Ja, man muss auch sagen, Glück gehabt, dass es diese 3 Minuten 30 Zeit gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Angriff gedauert hat, aber das hilft so für Schweineangriff natürlich enorm, dieses Update für Kriege. Dass man jetzt 3 Minuten 30 Zeit hat. Ja, dann auf die 4 hat der Max-G3-Sterne, ja, mit GoVV. Ja, ist auch ein... ja, relativ... eigentlich noch auch, würde ich sagen, leicht, weil er hat keine guten Mauern. Ja, haben wir echt Glück gehabt, da ja Gegner, die waren halt echt nicht so gut. Ja, und hier dann auch, schön, schön Klammburg, natürlich Glück gehabt, dass die Drachen haben. Geht er jetzt hier rein mit Golems in so ein, ja, so ein Oval, Dreieck mäßig. Mauerbrecher kommen wieder, zack, zack. So, schön rein, Sprung schön mittig, dann kommt der Golem, die Helden, also das ist schon auch dann gut. Und jetzt läuft es dann wirklich, die laufen dann in die Mitte rein, jetzt kommen die Hexen hinterher. Ja, es ist einfach gut gemacht. Jetzt müssen wir schauen, natürlich, wie die laufen, wenn man wirklich Pech hat, dann laufen die Hexen hier unten rum und dann ist kein Golem mehr da. Und dann gehen die halt alle kaputt, ja, hier gehen die alle runter, wie ich gemeint hatte. Oh, zwei Riesenbomben in der Mitte. Einige Magier gestorben, wirklich einige. Deswegen sollte man sich immer Magier aufheben, da hat sich natürlich jetzt nur ein Aufgeben, der hat er jetzt gleich gesetzt. Ein bisschen Glück gehabt, also immer schon ein paar Magier aufheben für so einen Fall wie jetzt, dass wenn man noch 5 hätte, könnte man jetzt noch 5 Magier setzen, dann hätte man noch schön im Zentrum 5. Ja, ansonsten gut, hier außen rum läuft es natürlich gut, das Zentrum ist gecleared, das ist immer das Wichtigste. Und ganz rechts wird natürlich jetzt im Zentrum von allem getankt. Er hatte jetzt noch ein Schweinchen dabei, den hat er jetzt noch gesetzt, schön. Der wird gleich sterben, er hat nichts gebracht. Da eventuell vielleicht lieber einen Loon mitnehmen. Einen Ballon, den hätte er jetzt rechts unten setzen können auf den Bogey. Und die Bogey-Tower hilft auch was. Also bin ich eher ein Fan, also ich nehme persönlich ein paar Loonz immer mit, wenn die Luftabwehr gut steht. Statt Schweine, weil einfach die Luftabwehr einfach von Kanonen nicht gehittet werden können. Und Pipapo, weil die stehen oft immer weit außen, die Kanonen. Das sind ja der seine Fähigkeit. Und hier hat man schon gesehen, okay, eigentlich müssten das 3 werden. Weil einfach jetzt hier kein Splash-Damage mehr da ist, sondern einfach nur noch Einzel-Damage. Und ja, jetzt kommt auch schon sein Bogey. Und bis der hier, der oben ist so lange beschäftigt, bis das alles mal tot ist, ist natürlich der Bogen-Schütze einfach da. Und ja, macht ihn einfach fertig. Und gut, zack, wieder 3 Sterne. Also wirklich gute Angriffe dabei, mit auch natürlich Glück ein bisschen, ja, klar wie die Truppen immer laufen. Und so kann man noch ein bisschen Pech haben. Aber oft ist es schon so, dass man sagt, es ist nicht nur Glück, sondern einfach wie man einfach spielt. Man sieht es einfach, das ist konstant immer. Und wieder ein Schweineangriff hier von Tobi auf die 3. Eine Klanburg-Glock mit einem Riesen, ja, schön gesetzt. Natürlich empfiehlt sich so ein Dorf, also ich persönlich würde so ein Dorf nicht mit Schweinen angreifen, eher mit GoBV. Schönes Dorf, aber mit Schweinen hat es anscheinend auch geklappt. Und zwar sein Golems links-rechts gesetzt, hat nur 2 dabei, oder? Sehe ich das richtig? Ja, nur 2 dabei. Ja, und jetzt klärt er erst wieder links-rechts-außen, dass wirklich die Helden in die Mitte laufen. Und ich fange aus, anfange außen rum zu laufen, ist auch immer wichtig, dass die wirklich, weil die Helden sind immer, sind mit das Wichtigste einfach, dass die lang überleben, machen genug Schaden. Riesenbombe ausgelöst, passt. Eine ist weg für die Schweine. Die zweite haben wir vorhin schon aufgelöst gehabt. Ja, und jetzt versucht er einfach so viel, Defense wie möglich kaputt zu machen. Und dann setzt er seine Schweineis. Wichtig auch, dass die Magier-Türme hier weg sind, weil die machen natürlich auf Schweine, wenn die zusammenlaufen, natürlich sehr viel Schaden. Ja, jetzt ist auch der Ding weg. Die Queen, die Helden sind vom Gegner weg, also schon sehr gut geschwächt. Oben hat er jetzt einen Riesen gesetzt, die wird natürlich getränkt von dem Bogey-Tower. Und jetzt kommen die Schweine und das ist Abmarsch. Und jetzt natürlich kann man Helden setzen, so vorher wie er gerade. Das kann man setzen, weil man weiß, okay, die laufen safe dahin. Ein paar Bogeys hinterher gesetzt und jetzt ist nur noch Hoffen und Bangen, dass irgendwo keine Bomben mehr sind. Aber wir wissen ja, dass die jetzt schon ausgelöst worden sind. Aber ansonsten wirklich, dass die nicht zu viel wegfliegen und Pipapo. Aber dann hier auch wieder, dann alles kaputt ist, mal ein bisschen schneller. Ja, und dann heißt es nur noch abwarten und Tee trinken eigentlich. Mehr ist es dann nicht mehr. Und ja, und dann heißt es nur noch, ja, warten, warten, warten. Zack, 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 zack. Und schön alles kaputt. So. Dann kommt schon der Angriff auf die Nummer 2, auf die spannenden Rathäuser von Tobi. Es war auch richtig knapp, der Angriff, richtig knapp, genau. Würde ich auch persönlich mit GoVV bevorzugen. Einfach easy für GoVV, wirklich easy. Hatte nämlich hier einen Fehler gemacht. Er hat nämlich die Klamenburg unten nicht gelockt. Und der Drache, ihr werdet sehen. Da habe ich mir gedacht, ei, 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 was macht der denn? Hat hier dann natürlich so einen Sprung. Er dachte, ja, hier geht es direkt rein. Ich mache mal Stopp, weil es ein wichtiger Angriff ist. Setzt hier so, bis hierhin sieht es gut aus. Ja, würde ich sagen, okay, passt. Aber er hat einfach, in meinen Augen sind da einfach zwei Golems zu wenig. Er hätte einen rechts beim Goldlager setzen müssen. Einen links hier, wo der Magier ist. Und den anderen mittig. Und dann wirklich seine Magier so im Dreieck verteilen, dass das hier außenrum von diesem Pfeil was nach unten zeigt und von dem rechts und was jetzt den Pfeil von links nach oben zeigt. Das müsste natürlich weg sein, dass wenn du dann die Helden hinten setzt, wo jetzt aktuell die Bauhütte oben ist, dass die dann wirklich in die Mitte laufen. Weil die laufen natürlich immer zum nähersten Ziel hin. Das heißt, aktuell bringt es dir nichts, wenn außen das kaputt ist, weil hier in der Mitte ist noch die Magier-Tür. Okay, aber dann laufen die oben rum. Das werden die Helden auch machen. Deswegen spreche ich es an. Nämlich hier oben rum bei den Magier-Türmen jetzt und bei dem Elixier-Lager einfach hin, ohne dass sie in die Mitte laufen. Weil es einfach in dem Moment einfach die Elixier-Lager näher sind als jetzt der Luftfeger. Ihr seht das jetzt genau. Und wenn die tot sind, gehen sie halt zum Magier-Tür, weil das immer noch näher ist. Ja, okay, die Queen geht jetzt zum Luftabwehr hin, die ist Fernkämpfer. Ja, aber wenn die dann weg ist, geht der jetzt zum Magier-Turm. Und dann geht es einfach so weiter, dass die jetzt außenrum weiterlaufen und in der Mitte einfach keiner hingeht. Das heißt dann einfach im Endeffekt jetzt den Spell verschenkt. Ja, es klappt halt noch mit Glück irgendwie der Angriff, dass es noch klappt. Klar war die ganze Defense vom Gegner. Jetzt kriegt noch zum Glück die zweite Luftabwehr kaputt, wäre das nicht passiert. Ja, und jetzt hier kommt dann einfach der Drache. Das hat er dann irgendwie, glaube ich, im ganzen Eifer des Gefächts einfach verrafft. Ja, das wir es vergessen haben. Aber nur noch Glück gehabt wirklich, da jetzt, dass die kleinen Dinger hier von den komischen Lava-Hunden da aufpoppen und dann den noch irgendwie killen. Weil wäre das nicht passiert, dann garantiert wären das keine drei Sterne geworden. Ja, so. Hat natürlich jetzt relativ schnell seine Lava-Hunde verloren. Ja, es ist halt auch nicht so gut, zu früh zu verlieren, weil er einfach jetzt die Loons schnell sterben können. Ja. Und vor allem, es lebt noch einiges, also so ist es nicht. Und seinen Heelzauber hier noch gut gesetzt, ein bisschen. Aber es ist schon sehr knapp, also es war wirklich sehr, er hat jetzt noch fünf Loons leben. Glück gehabt, dass sie Expos auf Boden gestellt sind. Ja, und jetzt dann wirklich rüber zum Bogie und hier hat man gesehen, wo er Glück gehabt hat. Wegen der Zeit brauchte man auf jeden Fall auch keine Angst mehr haben, weil drei Minuten dreißig ist einfach mega viel Zeit. Also bei drei Minuten vor dem Update hätte es nicht geklappt. Dann hätte ich mich wahrscheinlich wieder entaufgeregt, so hey, Klambo-Glocken, scheiße, dies, das, ananas. Aber ja, mit den drei Minuten wirklich noch Glück gehabt, ja. Dann heißt es nur noch wirklich jetzt warten, Tee trinken. Zack, zack, zack und drei Sterne. So, dann kommen wir auf Drathaus 1, wird drei Sterne von Max. Auch ein sehr schönes Dorf eigentlich für Hexen. So, auch für Schweine nicht schlecht, vielleicht einige haben da noch Schweinangriff drauf gemacht. Jetzt guckt mal, wie er umgreift. Lockt der Klambo, lockt er nicht. Geht hier unten rein. Ja, wieder zwei Golems gesetzt, dann die, die, die Magier. Dann, ich zeige euch am Schluss noch als Gooddell noch den Angriff. Ich habe den als Rathaus 8 sogar G2-Stern, mit einem Rathaus 8er. Habe ich auch nicht gedacht, ich wollte auf Luke gehen. Und ja, ich wollte eigentlich nur Rathaus rushen, dachte, da hole ich euch einen Safe 1-Stern raus, aber dann würden es irgendwie 2. Auch gut. Ja, geht jetzt hier auch rum. Der Sprung kam gut. Es geht alles rein, jetzt kommt noch der Wut. Gift, Zauber hinterher, jetzt müsste noch ein Heel kommen. Hat er den gesetzt, weiß ich nicht. Oh, jetzt sind viele Magier gestorben. Uiuiui, in der Mitte, viele Magier gestorben. Ja, jetzt müsste man wieder mal ein paar Magier in die Mitte nachsetzen, auf jeden Fall. Links und außen rum läuft alles, rechts ist auf jeden Fall jetzt, was sehe ich, 3 Hexen, 2 Hexen, 5, 6 Magier und ein Golem ist gut. Und links sind jetzt aktuell, ja, 3 Magier und eine Hexe. Ja, die könnten jetzt wahrscheinlich alle sterben, weil einfach nichts da ist, was ich denken kann. Der Magier natürlich, der wird jetzt alles weghauen. Das ist natürlich schade, dass einfach so 2 Hexen sterben und ein paar Magier. Das sollte halt nicht sein. Aber ansonsten hat er dann noch noch ein Schwein, den er jetzt gesetzt hat. Gut. Jetzt hat er noch einen Magier, den setzt er. Ja, und die Queen hat noch seine Fähigkeit und dann sieht es schon, jetzt hier ist safe, da sieht man einfach so 3 Sterne. Hat man keine Bedenken, dass es nichts mehr wird. Er wartet noch ein bisschen mit seiner Queen, bis der da mal an der Abwehr ist und dann zieht er das, weil es sieht gut aus. Ja, sonst zieht er es richtig. Genau, hätte ich auch gezogen. Und dann zack, zack, zack. Und der Mage Tower ist dann wirklich, der ist beschäftigt da oben und wenn die da oben jetzt sterben, ist es wurscht, weil in der Mitte leben noch so viele, oh, Riesenbombe und alles tot. Zum Glück hat seine Hexe da jetzt noch, seine Queen noch so viel leben, weil in der Mitte waren ja, ich glaube, noch ein paar Hexen und Skelettons. Die sind halt einfach alle gestorben, aber Glück gehabt und ja, 3 Sterne. So, jetzt zeige ich euch jetzt gut dann noch zum Abschluss noch, wie ich mit meinem Rathaus 8 die einzige 2 Sterne hatte. Es wurde sogar, glaube ich, hier ruhigster Angriff, ja. So, jetzt schauen wir mal. Ne, doch nicht. Sorry. Dann muss ich hier ins War Event rein. Caesar, Caesar. Die 2 G-70s und Caesar, wo ist denn Caesar? Hier, genau. Hier mit meinem Rathaus 8, ja. Classic Go-Vibe, wie ich immer angreife. Ja, hier habe ich wieder 8 Mauerbrecher gehabt, 8 Mages, 3 Pekka, 1 in Klamburg, 2 Golems, 2 Wut, 1 Heel. Ja, einfach dann auch als kleines Guterl zum Abschluss noch. 2 Golems gesetzt, Magie hinterher. Ja, es ist immer eigentlich dasselbe bei Go-Vibe. So muss es immer ausschauen. Versuche in eine Linie reingehen, dass wirklich alle Defense auf die Golems gehen. Hier ist das Problem nur, dass die Magier viel zu lang brauchen, bis sie wirklich an den Golems, bis sie an die Defense dran sind, weil die meine Golems, die sterben hier schon. Habt ihr gesehen, links ist schon tot, weil es ist einfach 2 Golems und die halten halt nichts aus. Meine Pekka dann noch relativ schnell noch gesetzt. Beide laufen in die Mitte, Glück gehabt. Jetzt kommt Klamburg raus, jetzt habe ich schon Gift gesetzt. Nochmal ein paar Mauerbrecher, dass die Save in die Mitte reingehen. Und ein Heal hingeschmissen, nochmal ein Wut. Ich wollte eh nur einen Stern. Also wirklich in die Mitte, voll gerusht. Pekka zwei Stück in der Mitte. Rathaus kaputt, habe ich schon wieder gedacht. Ja, nice, save. Jetzt kriege ich ein Sternchen. Aber da habe ich gesehen, oh, links läuft diese kleine Golem, noch ein paar Magier, rechts oben läuft noch Pekka. Es könnten echt noch 2 Sterne werden, habe ich mir gedacht. Nice läuft. Ich habe eh noch 3 Magier. Und ja, das ist dann auch einfach schön zu sehen. Wenn wir einfach mal so ein Rathaus 9er, das Rathaus 8 einfach 2 Sterne, das ist ja auch nicht so leicht. Okay, die Gegner waren vielleicht im Großen und Ganzen relativ leicht, waren relativ leichter Rathaus 9er, aber ja, kann man schon mal sich auf die Schultern klopfen. Ja, und jetzt versuche ich nur noch ein bisschen rumzuspielen, ein paar Prozent rauszuhauen und gut ist. Ja, aber das war es dann im Endeffekt. Hier habe ich dann noch den Boge, da habe ich dann abgebrochen, da war es mir auch scheißegal. Ja, ich wollte nur 2, hier einfach den 2. Stern haben. Gut, in dem Sinne, liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt wieder zugeschaltet, habt ihr es bis zum Ende jetzt hier angeschaut. Ja, danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich kommentiert meine Videos, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, eventuell dann noch extra Wünsche irgendwie, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mal so ein Video, klar, ist immer Anregung, könnt ihr immer bringen, dann werde ich schauen, was ich jetzt mache. Wenn es vielleicht mal gucken, dass ich in Zukunft vielleicht mal ein paar Angriffsstrategien mache, das Problem ist dann halt immer so irgendwie so 4, 5 Angriffe von seinen Angriffen zu zeigen, weil ich leider halt jetzt nicht so viele Kriege immer hintereinander aufnehme, sondern im Einzelnen habe. Oder eventuell, wenn ich mal einen Krieg mal wirklich zwei gute Angriffe habe, dann lade ich die mal hoch und ja, dann schauen wir halt da mal. Ansonsten, ja, lasst ein Abo da, pipapo, dies, das, ananas. In dem Sinne, liebe Freunde, danke fürs Zuschauen, haut da rein.